Hey Rockstars, herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge Speakers are Leaders, der Podcast, der sich geile Leute in den Podcast holt, um jetzt mal nicht vorne rum zu gucken, sondern mal hinter die Kulissen des Trainer, Coaches und Speaker Marks mal zu schauen, um ein wenig mehr Klarheit zu schaffen und vielleicht so die Sachen, die, wie soll ich sagen, so diesen Spuk drumherum mal auflösen und in die Tiefe mal gehen, um euch den einen oder anderen die Augen zu erinnern. Und den anderen, anderen vielleicht auch mal Möglichkeiten zu zeigen, was ist denn da draußen auf dem Markt überhaupt noch so wirklich möglich. Und heute habe ich einen Menschen mitgebracht, den kenne ich schon ein bisschen länger, sind uns auch ein paar Mal über den Weg gelaufen, aber so wirklich, dass wir mal irgendwie mal das hier führen können, gab es noch nicht, entweder bist du irgendwie so zwischen Tür und Angel oder ich bin immer irgendwie so zwischen Tür und Angel. Genau, Kamera und wir, wir matchen uns immer nur kurz. Aber echt, das ist echt crazy. Und deswegen freut mich es umso mehr, dass du heute die Zeit gefunden hast, dass du heute mit dabei bist und mit uns, oder bin ich jetzt schon sicher, obwohl ich gar nicht weiß, was auf mich zukommt, ich weiß aber, es werden richtig geile Nuggets dabei sein. Und gerade für die Jungs und Mädels, die hier zuschauen, die sich gerade auf den Weg machen oder vielleicht schon an einem Punkt sind, wo sie sagen, hey, ich muss mir irgendwas anderes einfallen lassen, es geht gerade nicht weiter. Und diesen Typen, ich nenne es mal wirklich bewusst Typen, ja, weil eine Sache wird euch sofort auffallen, der ist nicht Mainstream, das finde ich auch geil. Einer der krassesten Speaker überhaupt auf dem Markt, Hermann Scherer hat über ihn gesagt, dass er, naja, er verleiht Menschen, Marken, Unternehmen mehr Sichtbarkeit und Strahlkraft durch Bewegtbilder und Filme. Ja, und das kann ich nur bestätigen, da sind noch einige große Größen in dem Markt, ja, Tobi Beck hast du begleitet, Lauri Kult hast du begleitet und Miriam Höller bist du, glaube ich, gerade unterwegs, ja, also für diejenigen, Miriam Höller ist der Stuntfrau, war bei Germany's Topmodel dabei gewesen und, 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 finde ich, finde ich mega geil. Vor allem, und das ist das, was ich bei dir so krass finde, ist, über 15 Filmprojekte in über 8 Ländern, also, ey, da kann ich noch so viel mehr erzählen, was du da alles so gemacht hast, wie viele große Unternehmen du unterwegs bist. Ich persönlich habe dich aber schätzen gelernt und das möchte ich sagen, denn Olli ist jemand, der, wenn er mal keine Filme macht, wenn er mal keine Größen unterstützt, wenn er mal nicht bei Kunst und Kanz ist, ja, sage ich jetzt einfach mal, dann ist es ein Typ, der die Ruhe liebt, der gute Filme schaut, ja, und vor allem, und das ist das, was ich bei dir, also, echt extrem schätzen gelernt habe und das finde ich auch so gerade extrem wertvoll, auch in dem Podcast, weil das fällt mir gerade auf, da sind einige, die jetzt im Podcast dabei waren, bei dir ist mir aber extrem aufgefallen, du bist ein Typ, der, also, dich braucht man gar nicht um Hilfe fragen, entweder merkst du es, du spürst das sofort und dann bist du aber auch direkt derjenige, der sofort sagt, ey, weißt du was, lass mal da was machen, ja, wo kann ich unterstützen, wo kann ich dich vernetzen, wo kann ich dir Leute reinbringen, wie können wir, ne, und das fand ich immer, allein, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, ob ich es verraten darf, aber guck mal, wie crazy, wir haben uns verabredet für diesen Podcast und der Typ baut im Hintergrund Kameras auf, Sachen auf und fragt mich, hey, hast du Bock drauf, wir nehmen das mal richtig geil auf und machen da richtig Ton drauf und machen da mal eine richtig fette Folge, ja, und das sind so Dinge, wo ich mir denke, so, wie kommt der da drauf, weißt du, und das sind so Sachen, die, die schätze ich bei dir extrem geil, wir hatten vor, vor kürzerem auch eine längere Unterhaltung, wo, wo du Sachen gesagt hast, wo ich denke, ey, der Typ spricht mir gerade extrem aus dem Herzen raus, war ein Grund mehr, warum ich dich hier in dem Podcast haben wollte, weil ich der festen Überzeugung bin, dass viel, 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 viel mehr Menschen dich und deine Arbeit vor allem kennenlernen sollen, deswegen Dankeschön und echt mit einem Riesenrespekt, dass du dir die Zeit genommen hast für uns, herzlich willkommen, Oliver Albrecht Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf, erstmal ein ganz großes Dankeschön für diese göttliche Anmoderation, es ist ja, es geht ja runter wie Öl, ne, da ist ja schon, da sitzt man schon da und denkt so, mhm, 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 aber du hast recht, es ist ja dieser Moment, wenn du jemanden siehst und ich glaube, wir dürfen aus diesem Gefühl von Kampf und Picking aus den Nuggets, die am Markt sind, wir müssen da mehr raus, wir müssen mehr in dieses Kollegen da sein, also, ich habe das vor, vor sechs Jahren oder so, habe ich in der Medienbranche gesagt, Leute, lasst uns mal enger zusammenwachsen, lasst uns mal Partner werden und ich glaube, das darf die, die Speaker, Trainer, Coaches und Beraterbranche wirklich mal haben, weil alle versuchen irgendwie so den einen Kunden zu kriegen, ja, aber warum, ähm, schick dir doch den Kunden weiter, wenn er für dich nicht passt oder du merkst, dein, dein Coach zum Beispiel, der braucht noch einen Step mehr, so, so, one step more, dann sag doch nicht, ja, geh noch zu einem anderen Seminar oder lass den nach Hause gehen, sondern sag, pass auf, machen wir was Einzelnes oder ey, pass auf, als Beispiel, ne, du hast ja auch Lauri und Alex in deinem Feld und wenn du jetzt sagst, ah, irgendwie, pass auf, Rockstar, das, das passt schon so, dieses Leadership, du hast es drin, aber in der Kommunikation brauchst du noch zwei Schlüssel, ja, dann schickst du denjenigen doch zu Alex, also zum Kommunikationskrieger und sagst nicht, ja, nix gegen Gedankentang, ich liebe Gedankentang, aber sagst ja nicht, geh mal zu Gedankentang und guck mal, wer von den acht für dich heute der richtige ist, du sprichst ja eine direkte Empfehlung aus, ich glaube, das brauchen wir mehr am Markt, ganz klar. Das hast du gerade mega geil gesagt, weil auch jetzt sprichst du mir aus dem Herzen, ne, ich sehe es genauso, weißt du, im Endeffekt geht es ja gar nicht, im Endeffekt geht es ja gar nicht um uns, also es geht ja gar nicht um uns Trainer, Coaches, Mediengestalter, Webdesignern und wie die alle heißen, sondern es geht ja, in letzter Instanz geht es ja immer um den Kunden und immer ums Ergebnis, ja, und ich sehe es ja bei mir, also ich, guck mal, ich mache ja, wenn wir jetzt in den Thema Speaking gehen oder in den Marktspeaker-Markt gehen, ja, dann bringe ich ja meinen Jungs und Mädels, die kommen, bringe ich ja emotionales Sprechen bei, so, da gilt es natürlich erstmal rein zu zoomen, ja, wer bin ich, woher komme ich, was für Blockaden, Limitierung, um daraus dann entsprechend alles weitere zu machen, also, ein guter Freund sagt zu mir, das, was du machst, ist so tiefe, tiefe Positionierungsarbeit für den Speaker-Markt, so, bis dahin kann ich auch alles geil, dann hast du Leadership erwähnt, kann ich mega, seit 16 Jahren mache ich nichts anderes, so, aber dann bin ich durch, dann ist das meine, meine Expertise, was mache ich dann, wenn es dann darum geht, wirklich Menschen jetzt ins Bild zu bringen, also jetzt, ich mache die tiefere Positionierung, also von innen nach außen, ja, und ab dem Punkt bin ich durch, so, und jetzt kommen die Menschen ins Spiel, die, die, die dann meine Mantis in die Hand nehmen und sagen, okay, und wir machen jetzt Positionierung von außen, ja, das heißt, wie sieht deine Seite aus, wie sieht dein Bild aus, wie sieht dein Ton aus, wie sehen deine Visitenkarten aus, dein Design und so weiter und so fort, und dann sage ich mir, hey, am Ende zählt auch das Ergebnis, und wenn der, wenn der Mensch, der zu uns kommt, am Ende sagt, hey, wow, Laurie, jetzt weiß ich bei dir meine intrinsische Motivation, ich weiß, was meine Botschaft ist, ich weiß, okay, ich weiß auch auf der Bühne, wie ich sie, wie ich sie rausbringe, aber wie komme ich jetzt durch, wie, wie schaffe ich das jetzt, dass mehr Leute auf meine Botschaft, ähm, von meiner Botschaft, äh, Kenntnis bekommen, hey, dann sage ich, guck mal, da gibt's einen Olli, der macht Medienarbeit, der macht mit dir alle drum und dran, da gibt's einen anderen, da gibt's einen, und schieß mich tot, ja, und ich glaube, das ist das Wichtige, dass am Ende zählt das Ergebnis, ja, und hast noch eine geile Steilvorlage, um da mal zurück zu dir zu kommen, zur Brücke, ich meine, das war ja nicht immer so bei dir, also ich kann mir nicht vorstellen, dass du, keine Ahnung, morgens aufgewacht bist und gesagt hast, so, jetzt mache ich hier mal Videos und Bildbearbeitung, äh, und, und bin Speaker, der über das Thema Emotion und Bild spricht, ja, äh, also, kann ich mir nicht vorstellen, weil du warst wahrscheinlich genauso wie ich erstmal einer, der in eine Windel gekackt hat und, äh, an Mamas Brust gehangen hat, ja, so, sag ich mal, also, ja, ja, ähm, und das wird mich, das wird mich in erster Instanz interessieren, bevor wir tiefer ins Thema einsteigen, Olli, ähm, wie kam das dazu, dass du das tust, was du heute tust und vor allem, warum tust du das? Das ist sehr, sehr geil, dass du das erwähnst, ähm, wenn wir in Interviews sitzen, dann sind ja meistens so flache Fragen der Fall, ja, was haben sie die letzten fünf Jahre gemacht und wo kommen sie her, meistens immer so Themenbeziehungen und ich finde das geil, dass du halt in die Tiefe gehst und sagst, hey, pass mal auf, erzähl mir doch mal von deinem, von deinem ersten Erlebnis in deinem Leben, so nach dem Motto, äh, vielen Dank dafür, das ist ja nun nicht, nicht so häufig und da steige ich auch ein, ich habe eine ganz klassische Ausbildung genossen, so, kauf mal im Einzelhandel für Marketing an der Tankstelle, so richtig, also so, so einen richtigen Bewohnerjob eigentlich auch, weil du meckerst die ganze Zeit rum, dass die Kunden, ja, da haben die mit der Tanksäule gekleckert, so, du bist nur am Meckern den ganzen Tag und irgendwie, da habe ich aber auch schon festgestellt, oh, das ist es irgendwie nicht, es macht zwar Spaß und ich habe gesagt, da geht mehr, weil wenn du in eine Tankstelle gehst, ich glaube, jeder von euch kennt das, so, du gehst an eine Tankstelle, du zapfst, du gehst rein und was hast du meistens, du hast so einen ziemlich abgenervten, gestressten Typen, der steht so, ja, 3,50, die 8, so und da habe ich für mich festgestellt, ey, da geht irgendwas, ich hatte irgendwie Bock damals, mehr zu verkaufen und ich habe zu meiner Chefin gesagt, lassen sie mir ein bisschen frei haben, sagt so, macht sie durch, war, die war sehr open-minded und ich stand dann an der Kasse und ich habe den Leuten dann immer halt Brötchen zu verkauft oder irgendwas zu essen, wenn die nach Essen aussahen, wenn die nach Hunger aussahen, dann habe ich irgendwie so einen Upsell gemacht und da habe ich erst mal verstanden, richtig, dass wir Emotionen verkaufen und keine Dienstleistung, so, ja, dann habe ich halt meine Ausbildung dort gemacht, bin danach ins Callcenter, ich brauchte halt Geld irgendwie, ich bin nach der Ausbildung, ich brauchte Geld, ich wollte Geld verdienen und dachte so, Callcenter haben mir die Leute erzählt, da verdienst richtig Geld und das wird es sein, war ich 10 Jahre im Callcenter, habe mich da hochgearbeitet und Tonerkassetten verkauft, so, ganz hässliches Material, so, das, was ihr in den Drucker reinpackt, was du für 50 Euro beim Mediamarkt bekommst, haben wir für den doppelten Preis verkauft, mit einer höheren Lebensdauer, ähm, war ein geiles Geschäft, 10 Jahre, super geil, an Unternehmen verkauft, hat richtig Spaß gemacht, ich habe super viel gelernt, mein erster Trainer, von dem ich gelernt habe, war Martin Limbeck, äh, damals mit, wie hieß es denn noch, nicht gekauft hat er schon, ähm, krass, so oldschool, ja, irgendwann ist es aber wirklich so gewesen, wie du es gerade sagst, ich habe halt nebenbei meine Agentur gehabt, wir haben nebenbei Webdesign gemacht, Grafikdesign, wir haben wirklich die ganzen Medienleistungen abgedeckt und irgendwann bin ich aufgestanden und habe gesagt, boah, ich hätte jetzt mal richtig Bock, irgendwas mit so einer Kamera zu machen und mein Arbeitskollege, der ist heute bei Warner Music unter Vertrag, ähm, ne Band nie und nimmer und der sagt, ey, ich brauche ein Musikvideo. Ich hatte keine Ahnung, was ich da mache, ich habe gesagt, klar, komm, wir holen uns eine Steady-Weste, so eine große Kamera mit Arm und Kamera drauf, wir machen das. Ey, ich hatte keine Ahnung, was ich da tue, ich hatte kein Blassen, ich hatte nicht mehr Ahnung von der Kamera, ich hatte die noch nie in der Hand gehabt. War, völlig, wenn du mich heute fragst, klatsche ich mir am Kopf und sage, das ist völlig gacker gewesen, aber es war ein geiles Video. Technisch, lass uns drüber streiten, absoluter Schrott, aber es war unglaublich geahnt. Dann, zwei Jahre später kam irgendwie so der Moment, wo ich dachte, oh ja, ich muss aufhören mit dem anderen Job, ich will irgendwie, es gab so eine herzerreißende Szene, ich muss jetzt durchziehen. Und dann habe ich gesagt, von Null auf jetzt, zehn Jahre Agentur nebenbei gemacht, ich höre jetzt auf, ich mache nur noch mein Ding. Und das war wirklich so eine Tagentscheidung, so morgens aufgestanden und gesagt, ich habe keinen Bock mehr. Bei der Agentur warst du im Angestelltenverhältnis? Ne, die Agentur war meine, die habe ich versucht nebenbei aufzubauen. Ah, okay. Und ich war Angestellter in einem anderen Unternehmen. Ah, okay. Und ich muss das immer dazu sagen, wer Angestellter ist, ey, alles cool, sei Angestellter, wenn das für dich passt, mach dir da keinen Hehl draus. Also, weil alle mal sagen, raus aus dem Hamsterrad. Meine Frau ist Angestellte und die hat ein ziemlich entspanntes Leben, habe ich immer gedacht. Das ist auch nicht leicht, angestellt zu sein. Und dann habe ich gesagt, okay, nach zehn Jahren, ich muss jetzt hier mal Gas geben. Ich habe immer so auf diesen einen Kunden gewartet. Oder wie Speaker gerne sagen, auf den einen Auftritt, der den Upsell bringt und alles abreißt. So auf den Gedankentankentag. Der kommt nicht, um den Durchbruch zu haben. Nur weil du da stehst, heißt das nicht, dass du durch die Decke gehst. Das ist viel mehr. Das ist hier in dir. Das ist Fleiß. Das ist Arbeit. Das sind schlaflose Nächte. Das ist Ausprobieren. Und ganz ehrlich, ich glaube, da sprechen wir jedem aus der Seele und jeder hört man sich rein. Das ist Stolpern und Fallen auf dem absoluten High Level. Anders geht es nicht. Habe ich auch durch. Aber ich bin morgens irgendwann aufgestanden und habe gesagt, ich habe da Bock drauf. Und dann kam durch Zufall mal eine Anfrage rein über einen guten Freund, Oliver Göri. Der ist heute bei Tobi, der Schallmagier. Und der hat gesagt, ich kenne da jemanden, der macht geile Filme. Dann habe ich irgendwie mit dem Tobi-Team so ein bisschen hin und her geschrieben. Und dann habe ich gezeigt, was ich mache. Und die haben gesagt, cool, machen wir. Und dann haben wir in Potsdam, in Potsdam, die Masterclass of Personality mit 1000 Leuten gemacht. Das war für Tobi, glaube ich, das erste Tausender-Event. Kranker Film. Ich feiere den heute noch. Ich habe sogar geweint. Weil ich nicht aufgepasst habe. Weil wir ja Menschen sind in der Kamera. Und ja, da bin ich eigentlich hergekommen aus dem Bereich. Und dann kam Hermann danach. Und es baut sich ja dann so auf. Also erwartet bitte nicht nur, weil du mit Tobi arbeitest, mit Hermann oder sonst jemanden, der der Speaker oder Trainer, Kollege ist, dass du durch die Decke gehst. Mindset aus, da ist mehr dran. Du musst selber auch an dir schleifen. Und da darfst, darfst, darfst an dir schleifen. Aber das Wichtige, was du gerade gesagt hast, verbessere mich, wenn ich es nicht richtig verstanden habe. Aber ich habe rausgehört. Ich meine, du hast ja neben deinem Angestelltenverhältnis nebenbei die Agentur aufgebaut. Das heißt, du hast auch nebenbei angefangen, dich mit dieser Materie auseinanderzusetzen. Ja, ich hatte irgendwie Leidenschaft. Und ich glaube, das ist es. Ich glaube, als Trainer, Speaker, also wir wollen ja alle, wollen heute gerne ein Trainer sein, ein Speaker, ein Coach, je nachdem, was so das Feld desjenigen ist. So was deine Expertise ist, die du weitergeben möchtest. Ich glaube, Leidenschaft ist der wichtigste Motor, um rauszugehen. Ohne diese Leidenschaft, dieses Fühlen von, ich habe Bock, nachts um drei aufzustehen, eine Kamera zu nehmen, mache ich keinen Film. Wenn ich nicht, nee, geht nicht. Also du musst das fühlen, du musst das lieben und die Leidenschaft haben. Und dich hinstellen und sagen, ja, ich gehe den Weg auch 40 Mal. Dann ansonsten ist es nicht. Was ist das? Ja, unterschreibe ich sofort. Jetzt hast du hier Menschen sitzen, die zugucken und die sagen, naja, der Albrecht, der sitzt da jetzt und der kann das ja, der kann ja laut davon sprechen. Und der Schibetter, die erzählen das ja auch jeden Tag. Aber mach das mal greifbar für die Jungs und Mädels, die gerade zuhören. Zum Beispiel, ich meine, ich habe dich damals erlebt bei Tobi. Und ich habe auch die Filme erlebt, die du bei Tobi gemacht hast. Und ich weiß, mit was für eine Passion du da reingehst. Doch diese Leidenschaft, wenn du die greifbar machen kannst, warum ist dir das Filmemachen, oder anders, die Emotionen in Bildern, so nenn ich es mal, in Bewegtbildern, warum ist dir das so wichtig? Und vor allem für die Menschen, für die du das machst. Wenn du dir, ich mache das mal in Bildern, also jeder, der jetzt zuschaut, ihr dürft auch mal ganz kurz die Augen schließen und mal einfach reinführen, ob ihr das gleiche Bild bekommt, was ich jetzt versuche zu senden. Weil vielleicht funktioniert es bei euch. Du hast eine riesengroße Halle, da passen tausend Leute rein. Und diese Halle wird komplett dekoriert. Und du stehst dort mit deinem Equipment, was 12 Kilo wiegt. Die Musik geht an in der Halle. Die Crew ist schon am tingeln, tanzen und machen. Und du hast noch circa drei Minuten, bevor diese Halle geflutet wird, von Menschen, die da reingehen. Und du bist mit deiner Kamera neben der Bühne. Du rennst hoch, siehst diese leere Halle und fährst in einer saugeilen Kameraperspektive entlang, springst von der Bühne 1,50 Meter runter, ziehst quer rückwärts durch die Halle. Ein Fotograf springt vor deine Kamera, reißt die Arme hoch und freut sich. Du drehst die Kamera um, die Tür geht auf und alle stürmen in die Halle. Wenn du dieses Bild fühlst, dann weißt du, warum ich das tue. Und das mache ich 8 Stunden, 9 Stunden, 12 Stunden, 13 Stunden am Tag. Und ich setze mich abends hin und sage, das Bild ist es. Das ist das Bild, was ein Zuschauer von einem Event haben muss. Und nicht nur das Klatschen, sondern the around. Das ganze Spektrum, was du nicht siehst, wenn du vor der Tür stehst. Das ist die Magic behind, die du haben willst. Warum ist dir das so wichtig? Ich glaube, weil ich selber einfach gute Filme liebe. Und am Markt haben wir zu viele Klatsche-Videos. Ich bin ja selber auch Konsument. Das muss man ja auch mal dazu sagen. Ich bin ja nicht nur Produzent, sondern auch Konsument. Ich schaue mir ja selber an. Und ich würde gerne, dass diese Emotion mehr Menschen erreicht. Und da sich Qualität auch unterscheidet. Immerhin, wer sich die Zeit nimmt, zu sagen, ich produziere einen guten Film und ich setze mich da mit hin. Und ich spreche mit dem Regisseur das durch. Was möchte ich meinen Zuschauern und Teilnehmern vermitteln? Da weißt du doch, wie viel Qualität der auch in seine Seminare legt. Oder ich stelle eine Kamera auf und sage, vier Tage Live-Mitschnitt. Da sitzen fünf Leute kurz vor der Kamera. Einer macht den Kopf runter, guckt aufs Handy. Zwei machen nach. Und du hast das Gefühl, das ist ein boring Event. Ich finde, ein Live-Mitschnitt ist das Tödlichste, was du machen darfst oder kannst, wenn du aufzeichnest. Vier Tage ist, haut nicht hin, zieht nicht. Würde mich auch fragen, warum. Und ich möchte, dass diese Emotionen mehr getragen werden. Weil die Welt ist kalt im Sinne von Text. Wir kriegen Texte, wir kriegen Bilder. Wir werden mit Informationen geflutet den ganzen Tag. Aber ein schönes Bild, was dich mal aus deiner Tagesemotion rausholt. Und ich benutze das Wort jetzt bewusst, das Bewohnern, das haben wir alle mal. Und ich glaube, auch ein großes Geheimnis, was wir lüften, dass wir alle mal bewohnern. Darf man auch, sollte man auch. Mal so einen Moment haben von, naja, hm, hm, hm. Und jetzt hast du dieses Bewohnern, sitzt vielleicht auf dem Weg zum Kunden im Auto. Stau, Vollsperrung. Sechs Stunden stehst du auf zur Autobahn. Du regst dich natürlich auf. Also, wer das nicht tut, sorry. Aber wie kannst du dir jetzt selbst ein schönes Bild machen? Vielleicht hörst du einen Podcast und sagst, krieg ein schönes Bild. Oder du guckst ein kurzes Video. Na ja, gut, im Auto ist es schwer. Aber aus der Tagesemotion rausholen. Schöne Momente. Bilder sollten schöne Momente sprechen. Wenn du mich nach dem geilsten Film fragen würdest, ähm, der Hobbit, Herr der Ringe, Filme, die transportieren, die durchziehen. Das ist es. Guck den Hermann Scherer Aftermovie an. Vier Tage, zwölf Stunden gefilmt. Und was kommt raus? Drei Minuten vierzig. Einfach nur zusammen. Komprimiert. Das ist das Ziel. Komprimiert Emotionen zu zeigen. Und nicht nur, waren fünf geile Tage. Guck mich nicht ab. Cool. Also, ich höre für mich raus, dass es dir darum geht, wirklich Emotionen festzuhalten. Und wirklich die Atmosphäre, die in dem Raum ist. Und dann bin ich zu 100% bei dir. Ich glaube, der geilste Moment von einem Event, oder es gibt zwei geile Momente in dem Event. Ich glaube, der Anfang, wenn die Türen aufgehen, die ganzen Leute reinrennen, mit diesen riesen Augen. Für mich ist das Bild immer, wie kleine Kinder vom Weihnachtsbaum. Ja, die kommen alle reingerannt, die haben keine Ahnung, was in dem Paket ist, ja, aber die wissen, es wird geil. Und erst mal den ersten Sitzplatz. Ja, weißt du, und die kommen dann auch so reingerannt und stehen da oder sitzen da echt mit riesen Augen. Ja. Und vielleicht sogar irgendwo mit ein wenig Schiss, ja, in der Hose, ja, aber vor allem mit dieser Vorfreude und dieser Euphorie auf diesen Tag oder auf die mehreren Tage. Und dann finde ich, ein weiteres geiles Bild ist, ist schon immer gewesen, das Ende, ja. Also, wenn die Leute dann wieder rausgehen, so dieser kurze Moment, so das letzte Feiern, sage ich mal, und dann, wenn die Leute rausgehen, ja. Das sind für mich so zwei, zwei der wertvollsten Momente. Und ja, Menschen, die nicht da sind und Menschen, die das noch nie erlebt haben oder nur ansatzweise erlebt haben, da bin ich bei dir. Ich glaube, dann ist es wichtig, dass sie nicht nur Bilder haben, sondern dass sie, als würden sie durch dieses Video live dabei sein, ja. Und so einen kurzen Hauch bekommen, ja, von dem, was da tatsächlich machbar ist, ne. Wenn du, wenn du den Gedanken aufmachst, sehr interessant, dass du diese Vorlage gerade lieferst von den Bildern, die du siehst, ich mach mal einen anderen Kontext auf und ich guck mal, ich würd gern mal wissen, was du dazu sagst. Glaubst du, dass es wichtig ist, in einem Aftermovie oder in einem Trailer bereits eine Kernaussage von einem Event zu treffen und zu sagen, das könnte dich erwarten oder eine Mini-Zusammenfassung im Sinne von einen Satz, der überzeugt. Glaubst du, dass das Tragen sein könnte in Zukunft oder eher so, sagst, ja, es ist ein Stilmittel von deinem Gefühl? Oh, der erste Impuls, der gerade kam, war wirklich gewesen, ich glaub, das, was wirklich transportiert ist, Bild und Musik. Ich glaube, ich glaube, und vor allem aber, und das erlebe ich zur Zeit sehr oft, dass wenn du so Filme siehst, meistens der Speaker im Vordergrund steht. Also du siehst ja jetzt mal von 100% Bildmaterial hast du 80% Speaker und 20% Publikum, um die es wirklich geht. Das ist im Endeffekt schon mein Sarkasmus daraus. Ich glaube, die Videos, die in Zukunft wirklich, also wirkliche Emotionen transportieren und das wirklich festhalten, sind nicht Videos über den Speaker, sondern Videos über das Publikum, über die Reaktion des Publikums. Ich glaube, also ich sag immer, wenn ich Musik mache oder auf der Bühne stehe, gibt es für mich einen einzigen Grund, warum ich das mache. Klar, das Versprechen meiner Kleinen, aber jetzt in dem Moment gibt es nur einen einzigen Grund und das ist unkontrollierte Emotionen schaffen. Also Emotionen, die du nicht kontrollieren kannst. Gänsehaut, Tränen in den Augen, Freude, Lachen, das kannst du nicht kontrollieren. Es kommt. Und das ist, glaube ich, und ich glaube dafür und dafür sind auch so Menschen wie du da, die das eben dann festhalten, weil wenn du so Menschen wie dich nicht da vor Ort hast, dann ist das ein Moment, der ist vergangen. Derjenige, der den Moment hatte für sich, der hat den, bis er irgendwann unter die Erde kommt. Aber die, die das, die, weißt du, meine Mama sagt immer so schön, meine Junge, du musst erst die Suppe probieren, bevor du sagst, sie schmeckt dir nicht. Und ich glaube, ihr, euer Job, dein Job ist es eben genau das, genau diese unkontrollierten Emotionen, diese, die in hundertstel Sekunden stattfinden, ja, die festzuhalten, eben genau für die Menschen, die sagen, ich würde gerne mal probieren, damit ich für mich sagen kann, hey, was sagt mein Bauch? Sagt mein Bauch, das sollte ich mal hin? oder sagt dein Bauch eher, naja, das ist so gar nicht meine Welt, ja, und wenn du mich fragst, ich, also ich glaube, in Zukunft werden die Bilder oder die Videos echt reinknallen, wo du hauptsächlich dein Publikum siehst, wie, wie diese Emotionen übertragen, ja, und das begleitet von der, von der passenden Musik, die das Ganze nochmal entsprechend, wo nochmal dieser Impact nochmal reinkommt, ja, weil du hast, ich bin noch einen Schritt weiter, ich bin noch einen Schritt weiter, ich glaube, diese Stimme dahinter ist wichtig, dass derjenige, der das Seminar leitet, jetzt nicht erzählt, wie geil ist, ich glaube, das können wir alle, sondern dein Event in einem Satz zusammenfasst, also, das ist mein Gefühl, bei Hermann als Beispiel, ich habe vier Tage Event gehabt, zwölf Stunden und habe mich hingesetzt und habe mir jeder einzelne Audiospur angehört, also wirklich vier Tage, zwölf Stunden mir angehört, zwar ein bisschen schneller, aber angehört, und dann habe ich die wichtigsten Sachen genommen, und habe gesagt, okay, daraus bauen wir jetzt eine Story, das heißt, ich habe die Audiospur zusammengeschnitten, passend dazu natürlich das Bildmaterial behalten und habe ihn ab und zu eingeblendet, aber den Teilnehmern in den Fokus genommen und eine Kernaussage zum Beispiel dabei ist es, es geht nicht darum, die Keynote zu halten, ja, zu 49%, aber 51% sind die Menschen mit dem Publikum zu spielen, dem Publikum etwas mitzugeben und die Kernmessage habe ich reingepackt und interessanterweise haben viele das erst später mitbekommen, also für jeden, der hier Videofilmer vielleicht nochmal ist oder einen Videografen hat, also Untertitel sind A-Pflicht, das habe ich jetzt ein paar Mal mitbekommen, dass viele Menschen erst verstehen, was gesagt wird, wenn sie es nochmal lesen, deswegen Untertitelpflicht, aber schaut mal, jeder, der so von sich ein Video machen lässt, diesen Moment einfangen, wo Lorenzo eben ein Tränchen im Auge hat, ich glaube, das können wir alle, das ist technisch reproduzierbar, die wirkliche Kunst liegt darin, im Schnitt die richtige Emotion wieder zu holen und ich nenne das immer meine kleinen Detektoren, also ich habe hier so einen kleinen Mitarbeiter und ein paar drauf und wenn die hochgehen im Schnitt und ich gleich Emotionen wieder kriege, dann hast du das richtige Bild, gehen die nicht hoch, ja, dann habe ich hier viele weinende Gesichter im Büro, weil die machen dann Nachtschichten, weil die fangen dann von vorne an, so lange bis die Haare hochgehen, das kann man nicht erklären wie, aber diese Emotionen müssen da sein und jeder, der Videograf ist, bitte arbeitet nicht mit eurer Kamera, sondern, oder wenn du Videografen hast, lasst den nicht mit der Kamera arbeiten, lasst den fühlen, bind den ein und dann versteht er auch, was da los ist. Arbeit machen können wir alle. Sehr geil, finde ich mega, deswegen habe ich da auch, haben wir da jetzt extrem viel auch Zeit damit verbracht, weil ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, gerade für die Jungs und Mädels, die da zuschauen. Jetzt hast du Menschen dabei, die gerade starten, okay, die, ich sage jetzt mal, vielleicht keine, ja, ich sage jetzt mal, fünfstelligen, fünfstellige Budgets haben, wo sie sagen, hey, ich investiere da mal in den richtig geilen, wie nennt man das, Video-DJ, Video-Disc-Jockey, apropos DJ, du warst doch auch mal eine Zeit lang DJ, oder hast gerappt sogar, kommt mir gerade so in den Kopf, es ist, sieht man, nee, sieht man tatsächlich nicht, meine Alben habe ich versteckt, geheimnisvollerweise, ja, Videografen nennt man sie, Videografen, du brauchst auch mal einen Regisseur dazu, hast du mal, Leute bestehen meistens auf zwei Teams übrigens, einem Kameramann und einem, der Regie führt, daran erkennst du dann die wirklich guten Teams, also die guten von den sehr guten, muss man dazu sagen, die anderen guten will ich nicht vergessen, es gibt, ich kenne unglaublich geile Mini-Teams, die mal einen geilen Job feiern. Lass uns mal, lass uns mal da reinzoomen in Menschen, die gerade anfangen, ja, also die, sag ich mal, gute Coaches sind, geile Trainer sind und jetzt mit dem Gedankenspielen, hey, ich will jetzt eine größere Bühne haben, weil ich, meine Botschaft ist so geil, die muss raus, ja, und die haben jetzt aber nicht das Budget, um sich jetzt, sag ich mal, ein geiles Team an Videografen reinzuholen und so weiter und so fort. Was können die denn tun? Was empfiehlst du denen? Also, da komme ich zu meiner ursprünglichen Aussage nochmal zurück, die Technik ist nicht entscheidend, nehmt euch zwei Spiegelreflexkameras, kann man sich ausleihen, zeichnet das Material von links und rechts auf, also vielleicht von vorn und von der Seite, dass ihr zwei Winkel habt. Es gibt ja auch mal Menschen, die müssen mal durchs Bild laufen und schaut, dass wenn ihr sowas machen wollt, dass ihr zum Beispiel schönes Licht in den Raum werft, dass der Raum nett ist, also in Worten von Tobi, mach eine große Party draus und dann schickt das jemanden, der Bock hat zu schneiden, nicht jemand, der sagt, ich nehme dafür Summe X, sondern der Bock hat, vielleicht ist es ein guter Freund, das ist ja der erste Startup, also der erste Ansatz und lasst ihn das schneiden und guckt gemeinsam rein, ob ihr ein Gefühl kriegt, ob das jetzt jemand kann, weiß ich nicht und wenn es nicht ein Seminar ist, für die, die ganz, ganz vorne standen, die sagen, ich würde ja überhaupt erst mal auf die Bühne, jetzt muss ich mich irgendwo bewerben beim Lorenzo, ich weiß noch nicht, wegen dem Video, da muss ich eins hinschicken, für jeden, der vor einer Kamera sitzt, also ich schaue jetzt bewusst mal in diese Kamera, es ist ja ein Publikum, es ist ja ein Spielzeug, es ist keine authentische Situation, vor Menschen zu sprechen und es ist auch keine authentische Situation, vor einer Kamera zu reden, stellt euch vor, und das ist ganz schwer und das spreche ich auch aus Erfahrung, da sitzt ein Publikum hinter diesem Objektiv und das ist eine Million Menschen groß und die wollen nur wissen, was du dazu erzählen hast und dieses Gefühl mach auf, einfach deine Message kommunizieren, achte nicht drauf, ob dein Wort richtig ist, ob deine Mime und Gestik jetzt immer stimmt, sondern mach einfach mal, daraus kommt ein Bild und wichtig ist der Hintergrund, ihr seht jetzt hier vielleicht gerade, der Hintergrund ist immer so ein Ding, wo ich sage, Leute, schau, dass ihr einen geilen Hintergrund habt, weil Menschen wollen was entdecken und jeder, der neugierig ist, der sucht jetzt hier vielleicht mal so, dass er da sowas sieht oder einen Monitor, probiert auszuspielen mit der Kamera und macht euch nicht verkrampft, macht den Kopf aus, aber ich glaube, da kannst du, Lorenzo, glaube ich, viel besser den Leuten an die Hand geben, wie man nicht verkrampft ist. Ja, ich hätte jetzt fast so ein Beispiel gebracht, wobei ich nicht weiß, ob das eher zu Unverkrampftheit fühlt oder sogar eher mehr, also wenn ich mit meinen Jungs und Mädels arbeite und ich glaube, das war, um erstmal auf deine Sache einzugehen, ich glaube, du hast gerade was ganz, ganz Wertvolles gesagt und ich glaube, das ist eben genau das Thema, als ich vielleicht damals, um das vielleicht mal so als Brücke zu nehmen, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber als ich damals angefangen habe, eben wirklich in diesen Speaker-Markt reinzugehen, habe ich mir natürlich wen angeschaut. Ich habe mir die Besten der Besten angeguckt. Ich habe mir damals einen Tobi angeschaut, ich habe mir damals einen Hermann Scherer angeschaut, ich habe mir einen Stefan Friedrich mit Gedanken tanken angeschaut, das heißt, ich habe mir natürlich schon mal die reingeholt, wo ich also von Anfang an schon komplett überfordert war, weil ich natürlich habe also meine Erwartungshaltung mal extrem hochgetrieben und war dann mit jeglichem Video oder mit wirklichem Thema, was ich gemacht habe, immer unzufrieden. Klar, weil ich keine drei Regisseure habe und keine 10.000 Videografen und keine Ahnung was, aber das wusste ich nicht, sondern was ich nur gesehen habe, war das Material am Ende. So, und ich glaube, das, was du eben gerade, Olli, ganz geil gesagt hast, war eben dieses, ey nein, fang doch an, hol dir zwei Spiegelreflexkameras und ja, die kosten kein Geld. 400 Euro mit Objektiv. Ja, also nix, da kannst du dir für den Tag so ein Ding ausleihen oder für zwei. Auch, ja. Ja, und dann kannst du daheim oder wo auch immer, so wie du es gerade sagst, mit einem schönen Bild und so weiter, mit schönem Licht, kannst du dir extrem geile Sachen da aufnehmen, ja, und eben da vielleicht rauszugehen aus diesem Vergleich mit eben den Leuten, weil die Leute haben 10, 15 Jahre auf dem Kasten und haben sich in der Zeit auch ein gewisses Budget angereift, ja, was sie eben in solche Teams investieren können, ne, und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man so zwischen den Zeilen die Botschaft vielleicht, das nochmal greifbar zu machen für die Jungs und Mädels, die gerade anfangen und was in dem Jahr, in zwei, in drei, in vier ist, ey, keine Ahnung, hätte mich einer vor drei Jahren gefragt, wo ich heute bin, hätte ich gesagt, keine Ahnung, wo es hingeht. Du sagst, ich plaudere kurz aus dem Nähkästchen, selbst die Großen der Branche und da nehme ich jetzt deins wirklich als Brücke, die Großen der Branche, ey, Leute, glaubt bitte nicht, dass ich zu denen gehe und sage, Leute, wir machen einen Film oder die mich ansprechen, wir werfen das Budget in den Raum und alle sagen, ach Mensch, das ist ja, das ist ja ein Schnäppchen. Also, dieser Moment würde nie passieren im Leben. Das ist eine Investition und die tut auch, egal wie groß du bist, egal wie viel Budget du hast, es tut weh. Und das ist auch bei mir so, wenn ich auf meine Marke investieren muss, mir jemand erzählt, Olli, du musst eine Halle mieten und da musst du da Video drehen, dann sage ich, Leute, die kosten, die kosten. Dann sagen die, Olli, du investierst gerade. Ja, stimmt, habt ihr recht, okay, alles cool, machen wir, aber es tut trotzdem weh. Also, vergesst diesen Gedanken, dass ein Stefan Friedrich, ein Hermann Scherer, ein Tobi einfach sagen, ja, komm, was weg ist, es ist weg, das passiert nicht. Es ist ja trotzdem eine Investition. Und die sehen das auch so. Und natürlich gibt es da ganz viele Punkte und für jeden, der glaubt, dass das ein einfacher Job ist, da untereinander zu kommunizieren. Es gibt ja eine bestehende Marke dahinter den Sprechern, wie bei dir, Lorenzo, oder wie es eben bei Tobi ist, da ist eine feste Marke. Da habe ich mich an gewisse Richtlinien zu halten, um diese Marke nicht zu verwischen. Ich habe einen gewissen Spielraum und ich glaube, worum es wirklich geht, ist, seid authentisch. Wenn Tobi hinter der Bühne klatscht, singt und tanzt, dann spricht man natürlich ab, ob man das zeigen darf, weil es geht immer darum, interessiert das vielleicht draußen jemanden. Aber, zeig das. Und wenn du vor deinem Seminar, sorry für diesen schlechten Satz vom Umgangssprachlichen, wenn du vor dem Seminar dir in die Hose machst, dann zeig vielleicht nicht, dass du dir in die Hose machst, aber zeig deine Emotionen, dass du ein bisschen aufgeregt bist. Und schneid danach ein Bild, wie du rausgehst und Freude hast, dass die Leute sehen, ah, okay, Freude resultiert aus Aufgeregtheit. Und dafür brauchst du keine High-End-Kameras, dafür brauchst du keinen Top-Regisseur, sondern dafür brauchst du nur einen Menschen, der spürt, was du tust. Und das ist das Geheimnis. Sehr geil. Lass uns mal ins andere Feld gehen. Also gerade in das Feld, wo du Trainer, Coaches und Berater hast, die jetzt schon seit Jahrzehnten auf dem Markt sind. Und gerade, weiß ich nicht, wie du es siehst, aber für mich ist gerade so dieses Gefühl von, naja, da ruht sich der eine andere auf, auf dem Erfolg, den er hatte, beziehungsweise hat und verpasst gerade so alles, was gerade so an, ja, neuen Medien da sind. Also, Frage ist an dich, wie wertvoll ist das, jetzt sein Pferd zu satteln und da aufzusteigen? Und was, und die zweite Frage, was macht denn gerade für die, was, wo du jetzt sagen würdest, naja, wenn du mich fragst, dann wäre das so der nächste Schritt, den ich dir empfehlen würde. Okay, ähm, als allererstes muss man vielleicht verstehen, wie hoch ist unser Aufmerksamheitsspann in der heutigen Zeit. Wir sind ja immer mehr reizgeflutet. Also, wenn ich, ich selbst merke das, vor zwei Jahren musste ich mir von, von einem, von einem 21-jährigen Mädchen erklären lassen und ich bin jetzt über 30, wie Instagram funktioniert. Und ich habe schon ein bisschen länger mit Web zu tun. So, und jetzt ist es für jeden, der sagt, ich erkläre euch, wie Video funktioniert, wahrscheinlich ähnlich. Also, macht euch bitte keine Sorgen, wenn euch jemand was Neues erklärt, sondern, schaut mal, der Markt entwickelt sich. Ein Hermann ist ein Urgestein in der Speaker-Branche. Aber der hat halt auch jahrelang, und das ist ja auch völlig in Ordnung, ja nie auf dem Schirm gehabt, dann dieses Digitale einzusteigen. Weil, sorry, es läuft ja, es ist ja dein bestehender Markt, deine Kunden schreiben, du kommunizierst mit denen, Telefonvertrieb, so klassisch halt. Und Martin Lindbergh ja auch und alle weiteren. Jetzt kommt Instagram. Und auf einmal wirst du überholt von denen, die neu einsteigen. Also, wie wäre der erste Schritt? Ich würde für mich persönlich, und da spreche ich jetzt nur aus dem, was ich aktuell mache, Instagram, wenn es sich für dich gut anfühlt, nimm das an die Hand, und dann geh nicht raus mit irgendeinem netten Text, sondern kommunizier voll deine Story. Ich habe letztens mit Robert Bladitz zusammengesessen in München bei der Awesome People Talent Schmiede, und mir ist mal kurz die Kinnleiste runtergefallen, als ich gesehen habe, wie andere Menschen dein Instagram bewerten. Voll hart. Ich habe danach zwei Tage da gesessen, habe krampfhaft versucht, mein Instagram irgendwie auf Vordermann zu bringen. Und dann hat mir ein guter Freund geöffnet, gesagt, Oli, pass mal auf, mach das, 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 das. Weil mich ein anderer mit der Story klar sieht. Step one, schnappt dir einen guten Freund oder einen kritischen Freund, der dich von außen sieht, und macht eure Story klar, was du zu kommunizieren hast am Markt. Fragt den vielleicht auch, ob er dich filmen würde, und der steht hinter der Kamera nur vielleicht mit verschränkten Armen und sagt, sehe ich nicht, sehe ich nicht, habe ich keinen Bock drauf, so nach dem Ding. Und dann raus damit mit der Message. So würde ich es sehen. Ganz klar. Also das wäre mein Step one. Oh, mega geil. Okay, also sprich, erzähle den Menschen, warum du das tust, was du tust. Ja. Okay, sehr, sehr geil. Und ja, cool. Ich glaube, da können gerade die Jungs und Mädels, die gerade anfangen, extrem viel mitnehmen und ganz die alten Hasen, die gerade zuschauen und irgendwie vielleicht das Geschäft gerade irgendwie stagniert, sich vielleicht da mal neue Quellen reinholen. Ja, und eine Sache, die ich gerade bei dir extrem geil rausgehört habe, war gewesen, eben Erfolg oder das, was du tust, ist vom Alter, glaube ich, unabhängig. Ja, also ich glaube, und da bin ich voll und ganz bei dir, da kommen gerade so viele junge Menschen, die gerade mit diesen neuen Medien sich, ich habe gerade vor drei Wochen mit jemandem gesprochen, der ist locker 15 Jahre jünger wie ich, ja, aber ist so ein YouTube, ja, Star auf der einen Seite, auf der anderen Seite so affin mit diesem YouTube-Thema, ja, der mir dann irgendwann gesagt hat, Lorenzo, dein YouTube-Kanal, da sind so viele geile Leute drin, wie jetzt zum Beispiel Eurie Albrecht demnächst, ja, aber irgendwie kennt keine Sau den Kanal oder zu wenig Leute kennen den Kanal, obwohl da so viel geiler Content drin ist, ja, und der hat mir dann Sachen gesagt, da wäre ich selber nie drauf gekommen, ja, und ich glaube, das ist, glaube ich, auch einer der geilsten Messengers, die du gerade hier rüber geschossen hast, eben wirklich jedem und allem erstmal ein offenes Ohr zu schenken, um da mal rein zuhorschen, ja, was, was, wie können wir uns gegenseitig, gegenseitig befruchten, und ich glaube, das war auch ein geiles Thema, ganz am Anfang hast du ja auch gesagt, eben dieses Miteinander, ne, und nicht so jeder für sich, sondern jeder, wie können wir gemeinsam, eben die Inseln zusammentragen, ja, ich glaube, das fand ich ganz geil. Bevor wir so zum Ende kommen, habe ich noch eine Frage an dich, auf diesem Weg jetzt da, wo du heute bist, ich habe ja mitbekommen, dass du ja auch jetzt seit einigen Monaten, eben dein Herzensthema, eben Emotionen in Bildern, dass du die ja gerade auch als Speaker auf die Bühne bringst, ja, da würde mich interessieren, also, wie kommt man da drauf, also, klar habe ich jetzt irgendwie so im Bauch, so, naja, ich meine, wenn der mit Speakern arbeitet, dann wird es wahrscheinlich irgendwo, irgendwo ein Berührungspunkt sein, aber was ist, was war dein Beweggrund jetzt, als Speaker auf die Bühne zu gehen, um den Menschen, ja, beziehungsweise, was willst du den Menschen mitgeben, jetzt als Speaker auf den Bühnen, ich glaube, weil das habe ich jetzt, also, verbessere mich, aber ich kenne aktuell keinen Keynote-Speaker, keinen Speaker, der über dieses Thema spricht. Noch nicht. Das Schöne ist, wir sprechen immer von Authentizität und du kennst du das, wenn du im Leben ein wirklich wichtiges Interview führst, einen Podcast oder ähnliches und die Authentizität reinhaut und dir sagt, dein MacBook-Akku ist fast leer und du musst jetzt, während du die Frage beantworten willst, erstmal aufstehen und das Ladekabel reinstecken. Ungefähr das könnte in diesem Moment passieren und wird auch passieren, dementsprechend würde ich dich bitten, kurz durchzumoderieren. Ich werde darauf gleich eingehen, aber ich will nicht weg sein. Das ist übrigens authentisch, Freunde, wenn das passiert, zieht einfach durch, macht es einfach mal. So sieht es aus und ich glaube, das ist auch einer der größten Geheimtipps, die du bekommen kannst, wenn du auf die Bühne willst und vielleicht, und ich packe jetzt mal das Beispiel von vorhin, wo du gesagt hast, da kann Lorenzo dir wahrscheinlich besser einen Ratschlag geben, Thema Botschaft. Bei meinen Mentees mache ich zum Beispiel mal folgendes, ich sage, stell dir mal vor, du kriegst jetzt in diesem Moment die Möglichkeit, in einem Stadion zu stehen vor 100.000 Menschen und du hast jetzt 60, 90 Sekunden Zeit, deine Botschaft vor 100.000 Menschen auf dieser Bühne zu transportieren. Was tust du? Wie tust du das? Ja, ich glaube, wenn du, wenn du wirklich für etwas stehst und für etwas brennst, dann ist es dir so scheißegal, wie du redest, wie du dich bewegst, ja, wenn du für etwas brennst und du weißt, du hast jetzt die Chance für 100.000 Menschen, meine Mutter sagt immer hier bei uns in Hessen, ja, mein Jung, schwätzt so wie die, Babbel so wie die Schnut dir gewachsen ist, ja, einfach raus, ja, da redest du einfach, wenn da mal das Wort Fuck kommt oder leck mich am Arsch oder was auch immer, dann ist es halt deins, ja, dann bist du das halt, ja. Genau, in der Videoaufzeichnung würde ich das übrigens rausschneiden, also ich würde es denjenigen sagen lassen, aber ich schneide es in der Videoaufzeichnung raus, weil es einfach auch für den Zuschauer nicht greifbar ist, das ist ja keine, keine Situation, die ich gerade fühle, ne. Und du hast es sehr, sehr gut gesagt, einfach mal machen. Schaut mal, jeder, der im Podcast jetzt hier guckt, der denkt so, okay, warum steht der Typ auf, ist kurz aus dem Bild raus, macht da irgendwas mit seinem Kabel, ja, aber was hätte ich jetzt machen können, sagen können, Lorenzo, lass uns mal versuchen, irgendwie cool das Ding zu schneiden, Blödsinn. Mal auf deine Frage reinzukommen, wie bin ich, wie bin ich in diesen Speaker-Markt reingekommen, interessanterweise, reingerutscht, trifft die Aussage am allerbesten. Gar nicht mal geplant und manchmal sind es die Sachen, die du nicht planst, die Sachen, die dich komplett weghauen, weil sie einfach kommen. Ich bin ein Mensch, also bis vor zwei Jahren war ich noch sehr stark im Überwollen, kurzer Geleit zu Dennis Scharnweber, im Überwollen drin gewesen, wollte krampfhaft immer etwas haben. Nachdem ich für mich festgestellt habe, dass das nicht so hinhaut und meistens nicht mit so viel Erfolg belohnt wird, habe ich durch einen Zufall, ich habe mit dem Lauri zusammengearbeitet und habe da auch den Dennis Scharnweber das erste Mal einen Berührungspunkt bekommen und bin sehr tief mit den beiden so in die Connection gegangen und da habe ich festgestellt, ich muss raus aus dem Kopf, ich muss mehr ins Gefühl. Und wenn du das erste Mal in diesem Gefühl bist, dann stellst du fest, was geht in deinem Leben eigentlich noch, wie viel Potenzial ist da? Und es kam dann durch Zufall, als ich jetzt mit Hermann in Hamburg gedreht habe, dass er sagt, Olli, das ist doch so unglaublich geil, was du machst. Du musst damit raus, du musst den Menschen das mehr erzählen, der Kapitalmarkt darf das auch verstehen und ich stimme ihm zu, ich habe dieses Potenzial denn da nie gesehen. Die Wirtschaft funktioniert nach diesen Mitteln, nach diesem emotionalen Storytelling, nach dem emotionalen Bildern und die erfolgreichsten Unternehmen auf der Welt sprechen in Bildern und das erfolgreich. Um nicht den gelben Riesen zu erwähnen, der unglaublich lustige Werbespots macht, einen Kindernahrungsmittelhersteller, den wahrscheinlich jeder kennt, ohne dass ich einen Namen ausspreche, oder wenn Weihnachtstruks durch die Straße fahren und jeder sich freinimmt, um die zu sehen, dann wissen wir, von wem ich spreche. Einfach nur, weil das suggerierte Filmbild das ist. Und da habe ich gesagt, hey, darüber muss ich mehr sprechen, darüber muss ich den Menschen das Gefühl geben, dass Unternehmer, Trainer, Speaker, Coaches, Berater und jene, die es wirklich auch mal werden wollen oder sich nur vorstellen können ansatzweise, einfach auch mal das Gefühl bekommen, was kann ich damit machen? Und was macht das in meinem Leben? Du als Papa sprichst ja aus den besten Beispielen und du sagst, du hast mal einen stressigen Tag, weil du bist Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München, kommst dann abends nach Hause geflogen, kommst rein und sagst, das war ja ein Tag. Also mach das mit deinen Kindern. Oder du kommst rein und sagst, Kinder, ich habe heute so viele schöne Erlebnisse aus der Welt mitgebracht und du hast als Beispiel einen Sand irgendwie im Schuh gehabt. Und schaut mal, ich habe sogar Sand aus Düsseldorf dabei, da bin ich nämlich heute lang geflogen. Und deine Kinder so, oh, echt? Ist ja nur ein Beispiel. Da kann man ja machen, was man will mit. Erzähl doch mehr Geschichten im Leben. Du bist ja Held deines Alltags und du darfst für Helden deines Alltags sprechen, nämlich deine Kinder und deine Familie. Meine Frau und ich, wir erzählen uns gerne mal eine schöne Geschichte. Jetzt nicht im lügenden Sinne, sondern eine Geschichte, die einfach mal mehr macht. Wir Männer sind da übrigens die größten Helden drin, da war die Welle nicht 20 Zentimeter hoch, sondern Minimum drei Meter. Ich habe noch nie einen Mann getroffen, der dann sagt, Digga, du verarschst mich doch, die Welle war doch keine drei Meter. Nee, das machen dann Frauen häufig und auch die hören mittlerweile damit auf und erzählen geile Geschichten. Und ich flehe jeden Trainer darauf an, erzählt Geschichten. Und das ist es, was mich abholt. Und dann stehe ich mit der Kamera da und sage, so, 20 Minuten Event, du hast die Geschichte erzählt, ich fühle das, wir können einpacken, wir haben alles, was wir brauchen. Das ist es. Und deswegen bin ich auf die Bühne gegangen oder gehe gerade auf die Bühne, weil ich glaube, dass wir das mehr rausgeben dürfen, dass dieses Deal mit in den nächsten Jahren viel mehr den Verkauf fördert, weil du deine ehrliche Meinung sagen darfst, wir sind zum Glück in der Zeit. Ja, und das Schöne an Geschichten, das Schöne an Geschichten, ich glaube, das hast du auch ganz geil gemacht, ist, und das habe ich für mich entdeckt, Geschichten sind niemals belehrend. Ja, also es ist nicht so, du musst das so machen und ich zeige dir mal, sondern Geschichten transportieren von alleine schon Botschaft und Werte, die du halt auch lebst, mit dem, was du tust. Ob das jetzt mit deinem Business ist oder familiär oder whatever, aber es ist niemals belehrend. Das heißt, Menschen nehmen das jetzt nicht auf, so von wegen, ich muss das jetzt so tun, sondern, das ist, glaube ich, das Faszinierende, Menschen ziehen sich das raus, was sie für sich gerade am nötigsten brauchen. Du gibst nur ein Blumenstrauß. Und ich glaube, das ist es raus. Ja, genau. Und wenn es nur ein Blumenstrauß ist, aber die nehmen sich halt das raus, was sie für sich aus der Geschichte nehmen und ich glaube, das ist das Schöne an Bildern und das ist, glaube ich, auch das Schöne, wenn du den Rahmen, um da wieder einen unserer beiden Trainer zu nennen, den Rahmen da entsprechend auch dafür gibst, dass Menschen sich da rein fühlen können. Ja, ich glaube, das ist das Wichtige, weil nicht die Ratio bewegt uns, sondern die Emotion ist das, was uns den Kickstart gibt. Und wenn wir das fühlen können, dass wir Gänsehaut kriegen, ja, mit deinen Helferchen, ich glaube, da schaffen wir viel, viel, viel mehr Raum für Emotionen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und vor allem aber auch, dass Menschen offen sind, ja, und dass Menschen neugierig werden auf Sachen, wo sie vielleicht vorher gar keinen, gar keinen Fokus drauf hatten oder gar keinen Blickwinkel für hatten, ja. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Mega geil. Verkaufen wir denn, und die Frage, die ich kurz in den Raum stellen muss, glaubst du, wir verkaufen Tickets über Preise oder wir verkaufen Tickets über Emotionen? Ich glaube, das ist eins, was ich meinen Jungs und Mädels zum Beispiel mit auf den Weg gebe, Ich sage mal, wenn ihr eure Produkte habt, eure Dienstleistung habt, dann verkaufe niemals über Geld und verkaufe niemals über Zeit, sondern verkaufe den Wert dieses Produkt. Also was ist das, was ich davon habe? Und der Punkt ist ja der, dass das Haben, ja, also Werte, sind ja nicht rational, Werte sind Emo, immer emotional. Und wie ein guter Kumpel von uns beiden immer sagt, der Emolori sagt er immer zu mir, der Alex, Elmer, der sagt immer der Emolori, Wert, Wert ist das, was ein Produkt, die Wertigkeit gibt. Ob das jetzt eine Dienstleistung, ob Film oder whatever ist, ja. Ja. Schau mal, um vielleicht darauf zurückzukommen, ja, wir verkaufen Emotionen, wir verkaufen den Wert in der Emotion, der transportiert wird, weil, ich sag mal so, weißt du, wenn deine Frau von dir einen Ehering bekommt, ja, den, der für, ich sag jetzt mal, ein paar tausend Euro gekauft hast und deine Frau aus irgendwelchen Gründen auch immer verliert den Ring nächste Woche. Ja. So. Dann regt man sich halt auf, weil da jetzt irgendwie ein paar tausend Euro weg sind. So. Jetzt stell dir mal vor, das ist ein Ring von deiner Ur-Ur-Ur-Großoma, die über Generationen und Generationen transportiert worden ist und der so emotional bei dir verankert ist, dass du es diesem Lieblingsmenschen, deinem wertvollsten Menschen aufgrund der Ehe übergibst, und die verliert dann die Woche drauf diesen Ring. Ich glaube, das tut viel mehr weh, wie ein paar tausend Euro, die gerade flöten gegangen sind. Das Krasse ist, in dem Moment, wo du es erzählt hast, kam mir so ein Bild in den Kopf. Ich bin immer so, mir erzählt mal was, ich kriege ein Bild. Wenn du einen Heiratsantrag machst mit so einem Ring und du sagst, Schatz, ich habe hier einen Ring für 35.000 Euro, möchtest du mich heiraten? Kriegst du eine andere Antwort, als wenn du sagst, ich habe diesen Ring geholt. Ich bin 50 Kilometer wieder zu Fuß gelaufen, bin im strömenden Regen wiedergekommen. Willst du mich wirklich heiraten? Das ist eine... Welche Antwort kriegst du? Genau. Du sagst es. Deswegen, ich habe auch dieses Bild dann in meinem Kopf und ich glaube, diese Geschichten, und das hat mal ein Kollege von uns gesagt, wir erzählen Geschichten Kindern, um einzuschlafen, und Erwachsenen, um wach zu werden. Es geht doch darum, Impulse zu bekommen. Und diese Geschichten sind tragend. Unsere Kinder haben diese Werte drin. Wir machen sie als Erwachsene vielleicht einfach durch unsere Erziehung manchmal wieder auch, ohne dass wir es wollen, kaputt, weil wir eben diese eigentlich tragenden Werte rausnehmen. Hase und Igel, das sind so, schaut euch mal Kindergeschichten an, da sind so viele Werte drin, die wir im Laufe des Lebens wieder kaputt machen, ohne dass wir es wollen. Ja. Und um da vielleicht für dich nochmal, um in die letzten beiden Fragen zu gehen, das Thema Film auch nochmal aufzunehmen, weil darin bist du ja der Experte. Du hast vorhin ganz, ganz schön das Thema Hobbit oder Herr der Ringe kurz genannt. Ich meine auch da, guck dir richtig geil, also wirklich gute, geile Filme an. Da sind so viele geile Botschaften drin, so viele geile Werte, die vermittelt werden, so extrem sinnzentriert. Und jetzt kann man über Herr der Ringe sagen, das ist ein geiler Action-Fantasy-Film, ja, ich sag dir, nee, da ist so viel mehr. Deswegen ist dieser Film auch extrem erfolgreich, ja, weil da so viel mehr drin ist, ja, wie im Rassen, die auseinandergerissen sind, die dann zusammenkommen wieder, ja, gewisse Fertigkeiten und Talente, um jetzt mal so die Brücke zu schlagen zum Trainer, Speaker und Coach, Coachesmarkt, ja. Ich komme mir vor, manchmal, wie so ganz viele Trainer rumrennen, ja, wie ein, 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 ein Herr, der hier, wie ein Gandalf, der da irgendwo ist, wie ein Frodo, der da ist, wie der, der da ist und alle irgendwie versuchen, ihr Ding zu machen, anstatt mal gemeinsam zu kommen, Gefährtin zu werden, um diesen, 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 ich soll nicht sagen, limitierenden und blockierenden Bösewicht, ja, den es da draußen gibt auf dieser Welt, einfach mal in, in, in das Feuer zu werfen. Ja, naja, den Ring, den Ring zu schützen. Unsere Werte, unsere Emotionen, die wir vermitteln wollen, die Message und unsere Message ist doch als, als Trainer und Speaker und Coaches, für mich sind, mache ich da keinen Unterschied. Für mich haben alle was zu sagen und sie haben doch alle einen Wert. Beschäftige dich bitte kurz mal mit dir selbst, fühl in dich rein und nimm das und beschäftige dich dann mit anderen. Und du kannst nicht auf eine Bühne dich stellen und dich mit anderen beschäftigen, bevor du selber bei dir erst mal angefangen hast. Ich glaube, es hat Tobi gesagt, ne? Wenn ich mich nicht täusche. Und das wirst du deinen Coaches auch mitteilen, mach vor deiner eigenen Tür erst mal sauber, bevor du rausgehst und anderen erzählst, wie die Welt funktioniert. Ja. Klar kann ein Kommunikationstrainer oder als Regisseur, ja, jetzt könnte man wahrscheinlich hier schreien, hey, pass mal auf, der ist nicht ganz knackig scharf, weil ich mich hier 30 Millimeter von der Kamera wegbewege. Mach doch erst mal dein eigenes Bild sauber. Ja. Ja. Ich weiß aber, wie es funktioniert. Ich arbeite jetzt gerade mit mir selbst. Das ist eine andere Geschichte, als wenn das mein Team macht. Und ich glaube, man muss nicht perfekt in seinem Thema sein, man muss sich nur klar sein, was man kann und was man möchte. Und das vermittelt man ja. Ich persönlich, ich feiere, dass du als Rockstar ja angefangen hast, gesagt hast, lead like a Rockstar und auch in diesem Thema den Leuten zeigst, wie Führung funktioniert, weil als Rockstar führst du deine Audience. Und das zeigst du ja Menschen auch in deinen Seminaren und auch in deinen Speakings. Allein die Gitarrengeschichte. Ich habe da das erste Mal von dir Wind bekommen und ich war völlig aus Mäusen, dass da sich ein Typ mit der Gitarre hinsetzt und loslegt. Ich habe gedacht, Leute, was ist hier los? das ist ja, das war ja so krass, das war ja so am Markt und jetzt versuchen alle irgendwie zu rappen oder so oder irgendwas zu singen, weil sie denken, dass sie das nachmachen können. Aber bist du das denn wirklich, nur weil du das jetzt kopierst? Ja und vor allem, du hast was Spannendes gesagt und das ist glaube ich auch wieder so das Thema eben da gar nicht lange drüber nachdenken, was machen die anderen, sondern eben wieder authentisch, dein Thema, dein Original, was macht dich aus, was kannst du mitbringen? Ja und bei mir war das eben das Thema Musik. Und das war es auch so schön. Auch das Lead Like a Rockstar war der Claim und der hat sich auch über die Jahre entwickelt zum Liedermacher jetzt. Wo ich einfach für mich irgendwann gemerkt habe, okay, Lead Like a Rockstar, cool, aber ich bin in meiner Welt kein Rockstar. Vielleicht für die da draußen, aber in meiner Welt bin ich kein Rockstar. Ich bin nicht der, der das Licht auf sich haben muss und keine Ahnung, sondern ich habe für mich irgendwann gemerkt, ich bin nicht der Rockstar. Ich bin der Liedermacher, der, der Lieder macht von Bühnen aus, damit die Speaker in Zukunft ihre Lieder singen von den Bühnen, ja. Und dann Menschen diese Lieder weitertragen und weitersingen, wie so ein Bade, wenn wir jetzt wieder in der Mittelalterwelt sind, wie so ein Bade. Der Bade ging ja auch auf Plätzen, hat da mit seiner Harfe oder keine Ahnung, mit seiner Gitarre Musik gemacht und hat Botschaften transportiert. Und der wurde aber nicht angekündigt, das ist der Bade, sondern da kam der einfach. Richtig, da hat sich einfach hingestellt auf Markt und hat mit seiner Gitarre oder mit seiner Harfe oder was auch immer er dabei hatte, seine Musik gemacht und Geschichten erzählt, während er singt, ja. Und die Leute haben das mitgenommen in ihrer Haushalte. Jetzt hast du aber eine geile Brücke geschlagen, mein Freund. Eine richtig geile Brücke zu den letzten zwei Fragen, weil, vielleicht drei Fragen. Wie wichtig ist Musik im Bild? Essentiell, Grundlage und essentiell. Okay, gibt es da eine gewisse Vorgehensweise, wie ich Musik einbauen kann? Augen zumachen, fühlen, wie war der Tag für dich, fühlen, welche Musik könnte für dich stimmen und dann die richtige Musik picken. Für alle, die starten, also behind the scenes. Ich nehme auch ab und zu mal Musik aus Musikplattformen, die groß bekannt sind. Ist auch nichts Schlimmes bei. Also Liedgut sollte nie was Geschütztes sein, was man nicht greifen kann. Irgendwann hast du Projekte, da musst du spezielle Songs nehmen, die man nicht kopieren kann. Ja, okay. Soundstripe, Artist.io, Premiumbeat.com, Audiojungle, greif zu. Aber schau, dass der Beat nicht kranker ist, als das Material, was du lieferst. Im Sinne von, bitte nehm nicht ein Herr-der-Ringe-Beat, wenn dein Material Gollum ist. Zieht nicht. Also, wenn du mit dem Handy, mit dem iPhone im Rotze Dunkeln versuchst zu filmen, du hast nur Bildrauschen, dann ist ein Herr-der-Ringe-Beat vielleicht nicht der Tragene. Oder um es anders zu sagen, bei einer Hochzeit knallst du doch auch nicht die Musik der Schlacht von Herr der Ringe rein. Das zieht nicht. Ich glaube, man muss es fühlen. Fühl, was war an dem Tag los. Fühl rein in die Musik und für jeden, der denkt, das ist mal so locker aus der Hand. Zum Teil zwei Tage, die wir hier die passende Musik für die Szenen suchen. Wir sitzen zum Teil da, suchen zwei Tage, dann fangen wir an zu schneiden mit dem Material und dann mittendrin stellen wir fest, na ist doch nicht cool, komm, lass nochmal anfangen. Also, diesen Mut muss man auch haben, nicht dann verkrampft dran zu sitzen, ja, aber ich will diese Musik. Fang manchmal neu an. Und das machen wir. Und deswegen sind diese Sachen, die wir machen, halt eben nicht mal so ein Schnäppchen, weil du halt einfach Zeit, Handarbeit, wie Trainer eben sagen, das ist Mensch. Ja, und das zeigt natürlich auch eine gewisse Qualität, eben die Qualität von, wir fühlen, also uns ist das wichtig, ne? Und dann holst du halt auch so Leute her, wie ein Hermann Scherer, wie jetzt ein Lorenzo Schibetta, wie ein Lauri und wie die alle heißen, Tobi Beck, die halt dann kommen und sagen, Olli, lass mal gemeinsam was machen, lass mal zusammen arbeiten, ja? Der Hermann fliegt, ja, sorry. Weil die Leute halt wissen, dass ihr Qualität abliefert und einfach nicht, und vor allem, und das finde ich so geil bei dir und deiner Arbeit, dass du es echt extrem geil verstehst, eben das Wesen des jeweiligen Sprechers in diesen Bildern zu, weißt du, ich könnte kotzen, wenn ich mir so Videos angucke und du denkst dir so, ja, okay, so Schablone, Copy, Paste, ah, okay, ja, so. Aber wenn du dann so Bilder, so Material von dir zum Beispiel dir anschaust, ich habe das gesehen, das du damals bei Tobi gemacht hast, ja, wo ich Dagehock glaube ich, gedacht habe, Alter. Warst du im Sam-Event? Ja, ich dachte so, Alter, ich war ja da, ich war ja dabei, also ich war ja dabei, weißt du, und ich habe den ganzen Tag erlebt. Und dann siehst du diese paar Minuten und du denkst dir so, ey, da geht, da geht gerade diese, dieser Film an dir wieder vorbei und du hast auf einmal diese ganzen Szenen wieder im Kopf, ja? Und das zeigt halt, dass du dich nicht nur mit dem Thema Bild und Ton beschäftigst, sondern du beschäftigst dich ja mit dem jeweiligen Menschen hinter diesem ganzen, hinter diesem ganzen Thema, ja? Und ich glaube, das ist extrem wichtig, ja? Ich glaube, das ist extrem wichtig. Es gibt ja auch ein paar NLP-Brücken, die wir machen. Also wenn wir über, über, über Sprechtechniken sprechen, wenn wir über Psychologietechniken sprechen, natürlich bauen wir sowas ein. Es ist ja nicht, dass wir das so dem Zufall überlassen. Ich flute ja auch bewusst zum Teil das Gehirn, dass ich sage, ich gebe dir ein schönes Bild von Fliegen, weil Menschen lieben Reisen. Ich flute dein, dein Gehirn jetzt mit geiler Musik und damit du richtig raus bist, dann gebe ich dir noch eine Aufgabe, du musst noch Text lesen. Und jetzt ist dein Gehirn voll raus und dann kann ich im nächsten Moment aber mit deinem Gehirn arbeiten, weil du, weil du offen wirst. Das ist ja auch eine Technik dahinter, aber das würde den Rahmen sprengen. Wichtig ist nur, beschäftige dich mit deinem Projekt. Wir fliegen im August mit Hermann nach New York, um dort die Masterclass zu filmen und bereits jetzt, bereits jetzt habe ich mit dem Tonstudio in New York den Kontakt und wir bauen schon den Beat. Jetzt, wir haben März. Muss man einfach dazu sagen oder Locations sind schon gescoutet, also wir überlassen auch nichts dem Zufall. Und jeder, der irgendwas filmen will mit Event oder der sein Event mal filmen will, versucht authentisch zu sein, aber nehmt euch einen guten Freund mit, der für euch mit dem Hotel das mal abklärt. Gibt es da Licht? Ist der Ton denn aufgenommen? Also diese kleinen Feinheiten, das ist genau auch bei Musik der Fall. Nichts dem Zufall überlassen, so gut es geht, so gut es geht. Bitte nicht verkrampfen, nur so gut es geht. Lass uns mal die Brücke, Dankeschön. Also erstmal Dankeschön ein bisschen hin für die ganzen geilen, wertvollen Sachen. Ich habe für mich einiges sogar mitgenommen. Richtig, richtig geiles Thema. Richtig geiles Thema. Nehmen wir mal die Musik als Brücke. Gibt es denn in deinem Leben eine Band oder einen Musiker, wo du sagst, oder eine Musikerin, wo du sagst, hey Lorenzo, die ist so geil, die habe ich damals als kleiner Junge gehört und vielleicht verfolgt dich das sogar bis heute. Und warum? Krass. Es gibt viel Musik, aber ich bin so richtig Medien, also ich habe früher mit dem Berliner Radiosender KISS FM sehr viel zusammengemacht mit BJ Berry. Kennt wahrscheinlich kaum eine Sau, aber ein geiler Radiomoderator. Und Vis-a-Vie und die verfolgen mich bis heute im Kopf. Aber ich könnte nicht sagen, ein Song oder sowas. Doch, Gentleman. Gentleman bis heute. Gentleman. Feeling free. Gentleman ist so dieses Gefühl von Freiheit, wenn ich den höre. Ah, hier der, 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 ja was ist denn das? Sprachgesangmischung. Reggae. Ja, Reggae, ne? Der macht so so so. Reggae. Reggae Musik, ja genau. Das ist, das bewegt mich. Ja. Ja, cool. Sehr geil. Sehr geil. Und natürlich jetzt, und natürlich lustigerweise, du mit deinem Video, und zwar habe ich letztens dein Video durch Zufall gesehen. Ich muss diesen Exkurs machen. Ich habe das Video durch Zufall gesehen. Ich weiß auch, wer es gemacht hat. Mit demjenigen habe ich schon gesprochen. Und ich musste den mal einen Nob aussprechen, weil er hat dich von vielen so geilen Perspektiven getroffen, wo ich dachte so, wow, genau immer das richtige Bild, genau die richtige Emotion. Also, großes Glück für dieses Video. Wer das Musik, wie du mich kennst, in diesem Podcast, definitiv mal reinziehen von der Brenze. Dankeschön. Dankeschön, dankeschön. Letzte Frage. Ja. Also, vorletzte Frage. Ich könnte, glaube ich, mit dir echt bis morgen schwätzen. Vorletzte Frage. Wenn du den Begriff Liedermacher hörst, was verbindest du damit? Das, also Liedermacher zweimal. Oder Speakers are Leaders. Nehmen wir mal den Podcast. Speakers are Leaders. Dass die Menschen, die von sich sprechen, im emotionalen Sinne, nicht von sich als ich bin Geie, sondern von ihrer Meinung, ihrem Mindset, ihrer Emotionen sprechen, dass sie aber auch führen, dass sie nämlich anderen Menschen die Möglichkeit geben, der Idee zu folgen, diese Idee zu nehmen und auszubauen. Ich glaube, ein richtiger Leader ist niemand, der mit einer Peitsche hinten dran steht, sondern jemand, der sagt, ich go first, ich gehe vor, ich mache vor und wenn ihr wollt, springe ich für euch auch diese Klippe runter und ich habe einen Fallschirm dabei und dann gucken wir, ob ich unten heile ankomme und dann dürft ihr nachmachen. Ja, also das Vormachen. Leader, für mich sind Leader Menschen, die mitmachen, die anpacken, die mithelfen. Wie du am Anfang so schön gesagt hast, mit der Brücke zu schlagen, das Fazit. Wenn ich sehe, dass ich helfen kann und das in meiner Macht steht und es mich nicht den Riesenaufwand kostet, zu sagen, ich mache mich kaputt und ich sage, ich müsste nur einmal anpacken, ja, dann tue ich es doch. Dann ist es doch das menschlichste Bedürfnis und dann nicht zu fragen, was bekomme ich dafür, sondern es einfach mal zu machen. Geil. Mein Gefühl zu Leader. Wenn die Jungs und Mädels dir gerade zuschauen und sagen, ey, ich finde den Typen so geil und er hat so geilen, wertvollen Content dagelassen und ich würde ihn gerne weiterhin, ja, mir anschauen wollen, wo können die Jungs und Mädels dich denn dir folgen? Also folgen kann man mir auf Instagram unter, derzeit ist es noch Oliver-Albrecht-Official. Ich wurde beraten, ich soll official machen, das ist mehr official. Da kann man mir bei Instagram folgen unter Oliver Albrecht, da sieht man so einen Typen, der da nett aussieht. Da gibt es immer regelmäßigen Content bei Facebook, klar findet man mich auch über Oliver Albrecht, aber wer wirklich voll dran sein möchte und was mitkriegen möchte, der geht bei Instagram rein, weil da ist so mein Herz, weil da kann ich auch mal Videos zeigen, da kann ich die Storys machen, ich mache auch so verrückte Storys, ich habe mir mal Bock so verrückt zu sein. Also es gibt für jeden, oh, ich muss diesen Tipp geben, jeder, der mich verfolgt wird, mit diesem Tipp irgendwann in Beruhen kommen. Wir Menschen sind im Grund lebenden Voyeure und Spanner und wenn wir könnten, würden wir den ganzen Tag am liebsten bei jemand anderem in der Tasche klucken und zusehen, was der tut. Dank Instagram geht das übrigens. Musst nur aus der Tasche holen, denjenigen und das ist das, was ich mache. Ich zeige wirklich das, was in meinem Leben stattfindet und worauf ich Bock habe und nicht, was könnte euch interessieren. Ja, da findet man mich. Ansonsten auf meiner Webseite oliver-albrecht.com Geil. Und das mit Instagram kann ich auch da wieder unterschreiben. Das macht er richtig geil. Das macht er richtig geil. Also ich folge dir sehr, sehr gerne. Vor allem, weil du auch immer auch ein bisschen aus dem Nähkästchen schwätzt. Ja, und das finde ich persönlich richtig geil. Das ist immer was anderes. Ja, es ist immer echt was anderes. Genau. Und das habe ich jetzt auch gelernt. Ich darf diesen Tipp mitgeben, den habe ich von einem sehr guten Social-Media-Berater gelernt und ich bin aus allen Wolken gefallen. Wir Menschen neigen dazu, immer zu sagen, ich, 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 ich. Das Geheimnis hinter Instagram. Trommelwirbel. Du, haut den Leuten wirklich mal an die Hand, was hast du davon, mein Posting zu lesen und was kannst du mitnehmen. Unglaubliches Ding, seitdem ich das für mich rausgefunden habe. Ganz anderer Gedanke von, wie schreibe ich meine Postings. Ob es funktioniert, jeder ausprobieren, aber ich finde es geil. Sehr gerne. Zum Abschluss. Gibt es eine Botschaft, ein Credo, eine, 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 eine Aufforderung an die Jungs und Mädels, die ja gerade zuschauen? Ein Zitat, I don't know, irgendwas, wo du sagst, ey, das ist so mein Herzensding, Laurie, und das möchte ich gerne den Jungs und Mädels hier mit auf den Weg geben. Wichtig, nicht gesprochen, gesungen. Gibt es eine Beat-Vorgabe? Nein. Warte, ich spiele dir vier Akkorde vor. Okay. Und dann würde ich sagen, fang an. Sag mir, ob du was hörst. Ja. Hörst du? Ja, ich höre was. Ja. Die Geschichten von Helden begleiten uns. Von Zeit zu Zeit bist du dann bereit, irgendwas in deinem Leben wieder zu erzählen und den Leuten da draußen nicht mit Fragen zu quälen. Gib ihnen etwas mit, ein Zeichen der Zeit, bis du dann irgendwann hoffst, du bist dann bereit. Sei Speaker, sei Leader, sei Coach, sei Trainer. Mach da draußen, was du willst. Doch da seist du noch nur Liga. Also hat dieser Text jetzt Sinn und Verstand. Egal, geh raus, schick die Message durchs Land. Alter, wie geil war das denn? Ja. Habe ich das erzählt? Ich habe acht Jahre lang Hip-Hop produziert. Wie göttlich war das? Ich verschlucke mich sogar an meiner eigenen Spucke, Alter, so geil fand ich das. Wie geil war das denn? Hammer. Ja, ein kleiner Freestyle, der mit einem kleinen Texthänger war, aber ich dachte mir, ich lüfte heute das Geheimnis, dass wir beide mit Musik sehr viel gemeinsam haben, um abschließend das Zitat zu lassen, in deinem Feld werden Menschen sein, die du magst und die das tun, was du am liebsten magst, nämlich vielleicht auch mal Musik. Olli, das war, ich habe keine Ahnung, wie lange wir jetzt miteinander gelabert haben. Ich habe auch gar nicht mehr auf die Uhr geguckt. Ich auch nicht, aber wem es gefällt, durchziehen, wem es nicht gefällt, wegklicken. Ich glaube, es ist für jeden was dabei. Wie geil war das? Ey, und wenn ihr die gerade zugeschaut haben, diesen Podcast mit dem Olli so geil gefunden haben, wie ich, die sind gerade hier über beide backen, also extrem danke für all die wertvollen Nagels, vor allem für deine wertvolle Zeit, die du mit uns verbracht hast, weil die kann dir keiner mehr zurückgeben. Ich hoffe, du hast genauso viel Spaß gehabt, wie wir beim Zuhören und ja, was soll ich sagen, folgt diesem Typen. Wie gesagt, der hat extrem viel auf dem Kasten, ist eine reine Weiterempfehlung, definitiv und ich hoffe und wünsche mir wirklich, dass wir beide in Zukunft ein bisschen mehr miteinander machen werden und nicht immer so zwischen Tür und Angel, weil ich glaube, dass wir uns gegenseitig auf jeden Fall sehr, sehr bereichern können, in dem, was wir da mitbringen. Vor allem tickt unser Herz gleich, der gleiche Beat, um in meinen Worten zu sein. Es ist einfach unglaublich, den Menschen auch was wiedergeben zu dürfen und jeder, der sich mal überlegt, darf ich mal Podcast, Gast irgendwo sein, mach es doch einfach, du kriegst keine Möglichkeit, Menschen mitzugeben, was du denkst und es ist ja nicht aufdrücken, mitgeben, was du denkst. Wenn zwei Leute gleich ticken, schreibt mich an, wenn ihr ein Video macht und ihr sagt, ich brauche mal eine externe Meinung, hast du eine Idee, hast du einen Vorschlag, Olli, wie würdest du es machen, und schreibt mich einfach an bei Instagram. Ich gehe wirklich auf jeden Kram ein, weil ich einfach sage, es ist meine gottverdammte Aufgabe, mein Wissen auch weiterzugeben, bevor da irgendwann mal Bleinägel im Holzkasten sind. Es wäre so schade, wenn ich diese Meinung mitnehme. Sehr geil. Es war schön, da zu sein. Vielen Dank für diesen grandiosen Podcast. Ich danke dir. Und Freunde, wenn ihr den Podcast geil findet mit dem Olli, dann bitte bewertet, liked den, kommentiert den, so dass ganz, ganz viele Menschen von diesem Podcast ja, Kenntnis bekommen, vor allem von diesem geilen Typen, der heute hier, nee, so oder so, ich weiß gar nicht, in welche Richtung jetzt. Wir gucken irgendwas, wenn wir machen, oben, unten, links, rechts. Und abschließend, Freunde, macht euch ein Leben zu einem Lieblingssong und ihr werdet jeden Tag tanzen und singen. In diesem Sinne, ciao, ciao, ragazzi! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Hör mir einfach zu. Was mein Herz sagt.